Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am Sabbatabend, Samstagabend, den 16. November 2018, habe ich mich hier mit zwei wunderbaren Brüdern in Christus eingefunden, Viktor und Michael, beide aus Deutschland, die mich die letzte Zeit unheimlich gut begleiten bei der Lesung des zweiten Bandes von Karl Theodor Griesinger. Im ersten Band war es ja in den, ich glaube ab Folge 25 oder so, regelmäßig Michael, der mich begleitet hat in den Lesungen und in dem zweiten Band kommt jetzt auch der Viktor regelmäßig mit bei, den ihr ja kennt aus der Übersetzung des Buches Hinter den Diktatoren, was er so fantastisch gemacht hat. Und wir haben uns heute zu einer ziemlich kurzen Lesung wahrscheinlich eingefunden, weil wir hatten letztes Mal aufgrund der Stunde, die wir erreicht hatten, noch knapp zweieinhalb Seiten in dem letzten Kapitel über. Wie das genau heißt, das wird der Viktor euch gleich sagen. Ich kann die ganzen Namen nicht mehr auswendig und der hat sich das gut gemerkt. Und außerdem hat das vor sich liegen, er kann es lesen ohne Kamera. Das kann ich nicht. Also, ich stelle euch die beiden eben vor und dann fahren wir fort in der Lesung des Buches von Karl Theodor Griesinger über die Wirkung des Jesuitenordens. Ja, dann fahren wir mal fort. Michael, herzlich willkommen zur Lesung heute Abend. Einen wunderschönen Sabbat dir gewünscht. Und wie geht's dir? Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Mir geht's immer noch gut. Und ich freue mich jetzt auf eine recht kurze Lesung, die wahrscheinlich dann doch wieder sehr in die Tiefe geht, so wie bei dem Herrn Griesinger kennen, der uns dieses wunderbare Buch der Jesuiten im Jahre 1866 hier hinterlassen hat. Und das wäre ganz schön, wenn wir vielleicht auch irgendwann mal so einen Status erreichen, wie der Herr Griesinger, dass man über uns nach 150 Jahren auch sagt, guck mal hier, boah, das war echt toll. Da haben wir was gelernt. Das wäre mir zu wünschen. Und dieses Buch heißt, wie immer, die Jesuiten vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis 1866. Und damit gebe ich das Wort weiter an meinen Bruder Viktor. Ja, hallo, moin, moin, vielen Dank. Dann fahre ich einfach mal fort. Wir befinden uns in dem Buch und dem Buchtitel, was der Michael gerade so wunderbar rezitiert hat. Da sage ich jetzt mal, wir sind im dritten Kapitel des fünften Buches, im zweiten Band. Und das Kapitel heißt, die wachsende Aufklärung und der Sturm aus der eigenen Mitte, womit wir heute wohl in der Lesung dann damit zum Ende kommen werden. Und ja, ich gebe dann das Wort zurück an den Jörg. Ja, danke schön, ihr beiden. Und dann fahren wir genau da fort, wo wir letztes Mal aufgehört hatten, nämlich ganz unten auf Seite 186. Ich lese nochmal eben den letzten Satz hier ab, ohne allen Zweifel vor, dass wir da kurz wieder reinkommen. Und dann arbeiten wir uns hier jetzt ein in diese letzte Lesung dieses dritten Kapitels des fünften Buches, bevor wir dann in das nächste Buch gehen. Ohne allen Zweifel, sagt der Autor, hier liege also hier ein Verbrechen, nämlich entweder das Verbrechen des Mords oder das der gewaltsamen Entführung vor. Und wenn letzteres, so sei Jarrige wahrscheinlich von Pontellier und Genossen gefesselt und geknebelt bei Nacht fortgeschafft worden, um ihn in seinem jesuitischen Kerkerloche vermodern zu lassen. So behaupteten die Richtjesuiten und fast die ganze gebildete Welt stellte sich auf ihre Seite. Was aber der geneigte Leser tun wird, nun, das will ich ihm selbst überlassen. So hatten wir letztes Mal die Lesung abgeschlossen. Heute fahren wir fort. Und wir besprechen einen weiteren Fall, den Greg Riesinger uns jetzt vorträgt. Und er sagt hier, »Einen noch weit ärgeren Lärm, als das Buch »Die Jesuiten auf dem Schafott« machte ein um dieselbe Zeit erschienendes Werk, welches den Titel »Lucii Cornelii Europaeae Monarchia Solipsorum«, also »Die Monarchie der Solipfen«, geschildert von »Lucius Cornelius Europaeus« führte. Und wie man im Augenblick erkannte, »Nichts anderes war, als die vollständige Enthüllung des wahren Wesens des Jesuitenordens«, denn unter dem Wort »Solipfen« ist das auf Deutsch »Leute, die ganz allein herrschen wollen«. Wir würden dann heute anstatt »Solipfen« wahrscheinlich »Solisten« sagen, »Sind einzig und allein die Söhne Loyolas zu verstehen.« Der Verfasser dieses höchst merkwürdigen Buches geht davon aus, dass er uns die außerordentliche Größe, Ausdehnung und Unbeschränktheit der Macht, welche dem Beherrscher der Monarchie der Solipfen zukomme, mit glühenden Worten schildert. »So unumschränkt«, sagt er, »Sei diese Macht, dass, was er auch befehle, und gingen die Befehle sogar wieder die Vernunft, wieder die Gerechtigkeit, wieder die Moral, gegen göttliche und menschliche Gesetze, dass dennoch seine Untertanen blindlings und ohne zu überlegen gehorchen müssen.« Perende ak Kadaver, der berühmte jesuitische Kadavergehorsam, der kein eigenes Gewissen kennt. Darauf führt uns der Verfasser in die Hauptstadt der Monarchie der Solipfen, das ist nach Rom, zeigt uns da die vielen prächtigen Häuser, respektive Paläste, welche den Solipfen gehören und macht uns sofort mit dem wahrhaft königlichen Glanz bekannt, in welchen sich der damalige Beherrscher der Monarchie, der despotische Avidius Cluvius, wie er ihn nennt, er meint Ordensgeneral Claudius Aquaviva, zu Hüllen pflegte. Er, der stolze Mann, welcher, die übrigen Souveräne des Oxidens und Orients nachahmend, niemanden, nicht mal sich selbst seine Minister vorließ, ohne dass sie ihm demütigst die Hand küssen. Von den Palästen aus werden wir in die Kollegien der Solipfen geführt, und auf diesen Gange belehrt uns der Verfasser der Monarchie, dass die besagten Unterrichtsanstalten als die ersten und vollkommensten in der Welt von den Solipfen ausgeschrien würden. Man solle sich jedoch, meint er dann weiter, durch den äußeren Schein, auf den alles berechnet sei, nicht täuschen lassen, sondern der Sache auf den Grund gehen, und da werde man sicherlich finden, dass die Zöglinge es weder in den Sprachen, noch in der Philosophie, noch in der Theologie zu einer großen Gelehrsamkeit bringen. Ebenso schlecht stehe es, fährt er darauf fort, um die Besetzung der höheren Stellen im Staate der Solipfen, in dem gerade zu den höchsten Würden die allerschlimmsten Mitglieder befördert würden. Auch beruhe das ganze Regiment auf einem System der höchst ausgebildeten Spioniererei, und die Zahl der Angeber sei eine wahrhaft ungeheuerliche. Wer aber in diesem Fache etwas Erschreckliches leiste, der dürfe sicher auf Beförderung rechnen, und wenn er sich selbst eines Diebstahls, Raubs oder sonstigen Verbrechens schuldig gemacht hätte. Hier muss ich mal kurz einen Kommentar eingeben. Auch das ganze Regiment auf seinem System der höchst ausgebildeten Spioniererei und Zahl der Angeber sei eine wahrhaft ungeheuerliche. Spioniererei. Das ist das Stichwort, weshalb ich sagte, oh, da muss ich mal kurz was kommentieren. Die Jesuiten sind Spione. Es gibt eine Aussage von mindestens einem Jesuitengeneral, dass die Hauptaufgabe der Jesuiten sei, immer mehr Agenten hervorzubringen. Ich denke, wenn ich mich nicht ganz täusche, war das Peter Hans Kolvenbach. Der Jesuitengeneral war von Mitte der 80er Jahre an bis 2008. Und dann ist er als erster Jesuitengeneral zurückgetreten, hat Adolfo Nikolas das Ruder übergeben, der es in 2016 an Arturo Sosa abgegeben hat. Spioniererei ist die Hauptaufgabe der Jesuiten und das können wir auch sehr gut nachlesen in dem Eid der Jesuiten. Denn hier steht, mein Sohn, bislang wurdest du gelehrt als Heuchler zu agieren, unter römischen Katholiken ein römischer Katholik, auch unter deinen Brüdern ein Spion zu sein, keinem Menschen zu glauben, keinem Menschen zu trauen. Und so weiter und so weiter. Auch unter deinen Brüdern ein Spion zu sein. Genau das, was wir hier bei Karl Theodor Griesinger 1866 im zweiten Band seines Werkes lesen. In dem Reiche der Solipfen nämlich herrsche ein ganz anderes Moralgesetz als bei den übrigen Menschenkindern. Die berühmte jesuitische Moral, über die wir schon an verschiedenen Stellen gesprochen hatten. Und es gelte dort möglicherweise etwas als Tugendsamen, was nach der Christenlehre aufs Ärgste verpönt sei. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Lehre der römisch-katholischen Kirche und aller ihrer Orden genau 180 Grad umgekehrt der Lehre der Bibel ist. Kurz, der Verfasser der Monarchie der Solipfen entwirft ein so durchaus vollständiges Gemälde von der Sozietät Jesu und lässt den Leser so tief in die Geheimnisse des Ordens hineinschauen, dass, als das Buch erstmals erschien, alle Welt sich aufs Höchste pikiert fragte, wer denn der Verfasser desselben sei. Also fürstand sicher, dass der Name Lucius Cornelius Europaeus nur ein Vingierter war und nicht minder gewiss wusste man, dass nur ein wirklicher Jesuit, nur ein wirkliches Mitglied des Ordens und zwar nur ein höher gestelltes Mitglied desselben, also ein Professor wahrscheinlich, das Buch geschrieben haben konnte. Denn ein untergeordnetes Mitglied hatte keine Kenntnis von dem, was der Pseudonym Europaeus mit so außerordentlicher Virtuosität dem Publikum kundtat. Die Sozietät Jesu musste also notwendigerweise einen Verräter in ihrer Mitte haben. Aber wer war dieser Verräter? Mit wütender Begier forschten die Söhne Loyolas nach ihm und der erste Verdacht fiel auf Melchior Inkova, Professor am Deutschen Kollegium zu Rom. Zum Glück jedoch konnte er sich rechtfertigen und entging so der furchtbaren Strafe, die man ihm bereits zugedacht hatte. Später meinte man aus gewissen Indizien darauf schließen zu können, dass der Pater Julius Clemens Scotty, ein venezianischer Jesuit, die schreckliche Tat begangen habe und der Umstand, dass das Buch anno 1645 in einer venezianischen Druckerei zum ersten Mal das Licht der Welt erblickte, scheint diese Ansicht zu bestätigen. Allein eine Gewissheit konnte man hierüber nicht erhalten, weil Scotty, als der Verdacht sich auf ihn lenkte, bereits verstorben war und der Drucker auf keine Weise zu einer bestimmten Aussage bewogen werden konnte. Verhalte er sich nun hiermit, wie ihm wolle. So viel ist sicher, dass das Werkchen das größte Aufsehen machte und deswegen später nicht nur oft und viel nachgedruckt, sondern auch in fast alle europäischen Sprachen übersetzt wurde. Es zeichnete ja die Jesuiten, wie sie in Wirklichkeit waren und somit hatte jeder Mann Interesse daran, es zu lesen. Schade also, dass seine Sprache von dem gemeinen Mann nicht begriffen werden konnte und dass sich demnach seine Wirksamkeit fast einzig und allein nur auf die Gebildeten beschränkte. Nun, interessant ist, dass wir hier von dem Scotty lesen und von dem und seinem Werk lesen wir auch im nächsten Kapitel noch. Also, bleibt dran! Dieses Buch ist spannend und bleibt spannend, auch in der Zukunft. Über den Scotty lesen wir im nächsten Kapitel, in der nächsten Sendung noch. Und ich weiß aus Erfahrung, dass die nächste Sendung gut wird, weil wir die Vorleser aufgenommen haben. Ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber ich gucke halt zurück. Nun, auf solche und ähnliche Weise verschwand nach und nach der Rimbus, in welchem die Söhne Loyolas ihre Sozietät zu Hüllen verstanden hatten. Und der beste Beweis, wie genau in der Mitte des 18. Jahrhunderts ihre Schädlichkeit von den Aufgeklärten erkannt worden war, liegt in dem damals zu Neapel erschienenen Büchlein Monita ad Principis. In diesen Ratschlägen an die Fürsten werden nämlich die Könige und regierenden Herren aufgefordert, die sämtlichen Mönchsorden, vor allem aber die Sozietät Jesu, aufzuheben und überhaupt mit Rom zu brechen, denn dies sei das einzige Mittel, den Staat von der Kirche frei zu machen und die Religion des Einflusses zu berauben, den sie bisher über die Politik und die Regierungen behauptete. Gott sagt dies in seinen eigenen Worten. Wir nehmen die Bibel zur Hand und öffnen im Buch der Offenbarung in Kapitel 18 und dort lesen wir in den ersten paar Versen, jetzt muss ich nur mal eben sehen, Kapitel 18 hier aufzuschlagen, dort lesen wir und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, Gefallen! Gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Genau das sagt der Autor hier in etwas anderen Worten, dass sämtliche Mönchsorden und im Grunde die römisch-katholische Kirche verlassen werden soll. Genau das sagt uns der Autor hier und genau damit schließt er das fünfte Buch, das dritte Kapitel in diesem zweiten Band ab. Und wir werden nächstes Mal fortfahren mit der ersten Lesung dann des sechsten Buches, des ersten Kapitels und ich kann euch aus Erfahrung wie gesagt sagen, die Herzensgüte der Jesuiten, wir lesen den Sarkasmus hier drin, oder die Erlaubnis zu Mord und Totschlag wird eine Lesung, die ihr nicht verpassen wollt. Es war eine kurze Lesung heute aus dem einfachen Grunde, weil ich nicht daran gedacht hatte, dass ich auf dieser Seite anfangen müsste und wir hatten hier dieses Kapitel bereits gelesen, was ihr jetzt hier im Bilde seht und dann wurde ich darauf hingewiesen, dass ich doch eigentlich zweieinhalb Seiten vergessen habe. Und dann sagte ich, dann machen wir eben noch ein kleines Zwischenvideo und ihr könnt euch jetzt auf die Spannung freuen, mit der ihr das nächste Video dieser Serie erwartet, das dann hochgeladen wird, das wir nämlich hier vorher schon gelesen haben. Und jetzt überlasse ich abschließend gerne noch kurz das Wort an Bruder Michael und danach an Bruder Viktor. Bitteschön für eine abschließende Bemerkung des gerade gelesenen Kapitels. Ja, in puncto Sarkasmus zum Karl Theodor Griesinger habe ich mittlerweile den Eindruck, dass wir den recht gut rüberbringen und vor allen Dingen, dass wir eine Art hier römisch-katholisch-jesuitisches Kabarett machen. Denn wir machen ja eine ganze Menge Andeutungen und eine ganze Menge Dinge, wo die Leute vielleicht erstmal lachen, aber wenn sie sich dann halt einfach mal den Kontext mit der Bibel vergleichen, eigentlich ja dann doch sehr nachdenklich werden müssten. Denn im Endeffekt bestätigt die Geschichte der Jesuiten nicht nur, aber auch von Karl Theodor Griesinger genau das, was die Bibel sagt. Und von daher ist es eigentlich auch ein schönes Zeugnis dafür, dass wir versuchen, hier im Rahmen der Stunde der Wahrheit genau dieses zu verbreiten. Und damit gebe ich dann das Wort an den Viktor. Ja, vielen Dank, Bruder Michael. Das war sehr schön formuliert von dir. Dem dürfte ich jetzt eigentlich fast gar nichts mehr hinzufügen, weil das fand ich schon eigentlich ein sehr passendes, treffendes Schlusswort. Ja, ich denke noch, was wir beobachten können zu der Zeit jetzt, wo der Griesinger dieses Buch veröffentlicht hat, wenn wir uns nochmal diesen letzten Satz zu Gemüte führen, dann können wir ungefähr auch dann abschätzen, dass sicherlich der Bismarck daran partizipieren wollte oder auch partizipiert hat, zumindest formal, sagen wir mal, auf dem Papier. Wo das dann letztendlich hingeführt hat, ja, ich denke, das hat natürlich den Teufel doch sehr erzürnt und ja, wenn ihr euch über, sage ich mal, die Geschichte nach der Veröffentlichung von dem Buch von dem Griesinger interessiert, dann, ja, prüft mal auf dem Kanal von Jörg, ich weiß nicht, da gibt es sicherlich einiges Interessantes zu dem Thema jetzt auch die verborgene Geschichte der Jesuiten oder du wirst der wahrscheinlich wenn dieses Video hochgeladen ist auch schon die Jesuiten und das Deutsche Reich hochgeladen haben beziehungsweise jeder kann zugänglich sich die PDF zugänglich machen von dem Arthur Böckling das Werk Bismarck und das päpstliche Rom und ja, von meiner Seite aus kann ich auch nur jedem empfehlen, sich die folgende Lesung auch nicht entgehen zu lassen, bleibt dran und ja, lest eure Bibel bis zum nächsten Mal ja, da bedanke ich mich ganz herzlich bei beiden Brüdern für ihre wunderbaren Schlussworte und ja, du hast natürlich ganz recht Viktor, die Lesung, die fünf Videos von die Jesuit und das Deutsche Reich aus dem kleinen Heftchen von Arthur Bötling erschienen 1903 sind auf diesem Kanal erschienen nach Abschluss des ersten Bandes und vor Erscheinen der ersten Lesung des zweiten Bandes das ist im Augenblick noch Zukunft weil heute am 16. November ist der erste Band zwar abgeschlossen aber noch nichts vom zweiten veröffentlicht also eins der nächsten Videos ist der erste Teil davon wer das aber jetzt schon ja wer das auch noch woanders gerne sehen möchte der kann auch zum Kanal von Viktor gehen der lädt diese Videos nämlich auch hoch und ich glaube dass Michael die Videos auch hochgeladen hat die Jesuit das das noch nicht gut okay ich war nicht mehr ganz sicher aber Viktor hat es auf jeden Fall hochgeladen auf seinem Kanal und ihr findet ja auch immer den Link zu Viktors Kanal und den Link zu Michaels Kanal in der Beschreibungsbox dieses Videos da möchte ich dann auch noch mal kurz drauf andringen wir wissen nicht wie lange es YouTube noch geben wird wie lange wir diese ganzen Sachen hier noch durchziehen können und ich weiß auch nicht wie lange mein Kanal noch hier ist ich habe diese Woche wieder einen Strike erhalten auf YouTube über ein Video das ich vor Jahren hochgeladen habe das nicht meine eigene Arbeit war über das Europa und die ganze Welt von Zionisten regiert wird und das hat dann ein Community Strike gekriegt daraufhin habe ich das Video mit 31.000 Klicks angeschaut runtergenommen weil ich nicht noch andere Sachen riskieren wollte für eine Arbeit die nicht meine eigenen Videos würde ich niemals löschen in der Hinsicht aber andere Werke die ich damals hochgeladen habe schon ich habe damals auch was den Titel angeht in dem Video in der Beschreibungsbox natürlich nach meinen neuesten Erkenntnis zugefügt dass wir hier nicht über Juden reden wenn es über die Zionisten geht die die Welt beherrschen sondern über den Vatikan aber trotzdem das Video wurde gefleckt und ist jetzt von mir auch runtergenommen nur wie gesagt deswegen ich mache immer die Links von den anderen Kanälen mit in die Beschreibungsbox meiner Videos mit bei dass ihr eben auch die Kanäle abonniert stellt euch vor meinen Kanal oder meine Kanäle gibt es morgen nicht mehr wie wollt ihr mich danach wiederfinden wenn ihr die Kanäle meiner Brüder kennt die euch sagen können wo ich bin die Wahrheit zu sprechen war noch nie populär das hat Jesus so erfahren auch gesagt wenn er meinte dass im Königreich der Lügen die Wahrheit sprechen ein revolutionärer Akt ist das hatte Eric Arthur Blair Mitte des 20. Jahrhunderts gesagt und das war vor 2000 Jahren richtig so das ist heute richtig so und das wird auch in der Zukunft so richtig sein und je weiter wir auf dieser Jesuiten Agenda der des Vatikan geführten oder der jesuitisch geführten Vatikanischen neuen Weltordnungsagenda gehen je weiter wir darin voranschreiten desto mehr werden die Daumenschrauben angezogen werden wir gehen nicht zu auf ein goldenes Zeitalter des Transhumanismus mit wunderbare LBG TTI Agenda sondern wir gehen zu auf ein weiteres dunkles schwarzes Zeitalter und diesmal wo sie uns all die Errungenschaften der Technik nehmen können die wir bis jetzt hatten wird dieses Zeitalter noch dunkler für die Jesus Christus folgen als es das dunkle Zeitalter von den 1260 Jahren wahrscheinlich jemals war das ist eine Art Prophezeiung die ich sage weil in der Bibel ganz deutlich geschrieben steht dass all diejenigen die für den Namen Jesus Christus eintreten leiden werden und leiden müssen und das steht uns noch bevor wenn euch kein Leiden bevorsteht dann müsst ihr euch fragen ob ihr die Wahrheit vertretet so einfach ist das und ihr könnt die Wahrheit nur vertreten wenn ihr die Wahrheit kennt die Wahrheit findet ihr nur in einem Buch nicht in Griesingers Buch nicht in Henry Gretten Guinness Buch nicht in James Edgerton Wiley Büchern nicht in Leo Herbert Liemann Büchern nicht in Tapas Sorsis Büchern nein die Wahrheit findet ihr nur in dem der die Wahrheit ist und der es geschrieben hat die Bibel von daher bis zum nächsten Mal danke fürs zuhören zuschauen und selber studieren selber nachforschen und lest eure Bibel Maranatha 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 Maranatha